Vier Schiffe sollen im Roten Meer und im Mittelmeer von jemenitischen Houthi-Rebellen in Zusammenarbeit mit einer von Iran unterstützten irakischen Gruppe, bekannt als islamischer Widerstand im Irak, angegriffen worden sein. Diese Nachricht wurde vom Sprecher der Houthi-Armee, Yaya Zareh, in einer Fernsehansprache bekannt gegeben. Er erklärte, dass die Gruppe Drohnen und Raketen auf einen Öltanker und Frachtschiffe abgefeuert habe, weil diese sich nicht an das Verbot gehalten hätten, in die Häfen des besetzten Palästinas einzufahren. Laut Zareh sind die jüngsten Angriffe eine Reaktion auf die Massaker des israelischen Feindes an den Palästinensern im Gazastreifen. In der Zwischenzeit haben die US-Streitkräfte erklärt, dass sie in den letzten 24 Stunden sieben Drohnen, die den Houthi-Rebellen gehörten, im jemenitischen Territorium zerstört hätten. Die US-Behörden teilten mit, dass die ferngesteuerten Luftfahrzeuge und eine Mobile-Kontrollstation für solche Systeme in von den Houthi-IS kontrollierten Gebieten des Jemen zerstört wurden. Diese jüngste Entwicklung kommt zu einer Zeit erhöhter Spannungen in der Region, in der verschiedene Akteure in unterschiedliche Konflikte verwickelt sind und dadurch die allgemeine Sicherheit und Stabilität der Region beeinträchtigen.